Im Englischen nennen sie dieses Land United States of America. Amerika! Siehst du dort? Hinter den Bergen. Wirst du mir ja auf deine Gesundheit achten? Natürlich. Willst du dich nicht von deinem Bruder verabschieden? Unser kleines Geheimnis. Okay. Amerika. Worauf wartet ihr? Macht ihn auf! Sieht aus wie ein Schwein aus Amerika. Und dann wird's weggesaugt? Genauso. Und Odell benutzt sowas? Nicht er. Nur die weißen Menschen, nicht mehr Odell. Glaub doch keine Sau, dass das der Bruder von Odell ist. Er ist in Amerika und fährt einen dicken Schlitten. Ich werde auch so ein Auto fahren. Ihr werdet überrascht sein zu hören, dass in Amerika auch gerungen wird. Hier macht es jeder, aber vor allem auch Frauen. Amerika ist wirklich das Land, in dem alles möglich ist. Mein Bruder. Er lebt in Amerika? Warst du schon mal dort? Noch nicht, aber ich will's mal. Erzähl mir mehr von Amerika. Und dann... Dann gibt es da so einen Tag, wo man immer einen ganz bestimmten Vogel ist. Was ist an dem Vogel denn so besonders? Überhaupt nichts im Vergleich zu unserem V. Ich werde fortgehen. Dein Amerika. Du hast dich völlig verändert. Was soll ich denn tun? Amerika, Amerika, du kannst mich malen. Und dann schicke ich dir von überall Fotos. Von Hollywood, dem weißen Haus, dem Berg mit den vier Köpfen. Es wird so sein, als wärst du immer dabei, Rattika. Es ist so... Wie kommt man von hier nach New York? Bevorzugt ihr Penn M? Oder eine andere Linie? Wird den Herrn Zwischenstopp in London genehm? Bist du ein und ebenso Verschwörungsthema. Es ist so... Wie macht ihr meinen? Ich war richtig. Ich war richtig. Wir haben mich immer noch nicht, Dass du dann tatsächlich mit einer Tap equals nach dem Haft.